Teamwork ist bei uns ein sehr wichtiger Faktor. Wenn die Produktion einen Fehler macht, dann hat das Auswirkungen bis zur Lieferung und auch in den Servicebereich rein. Von der Seite her versuchen wir eine sehr enge Bindung unter den Kollegen zustande zu bringen und auch uns gegenseitig zu helfen. Drexel & Weiß ist ein Hersteller für Wärmepumpen und Lüftungsgeräte in Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern und Schulgebäude. Wir produzieren und arbeiten in Wolfhurt, das ist in der Nähe von Bregenz. Wir leben auch autark, das heißt unsere Wärmepumpen sind hier im Einsatz noch mit unseren Lüftungsgeräten. Die Verkaufsargumente sind die, dass du in den Schulbereichen nicht mehr lüften musst, dass wir CO2-neutral sind. Das Gerät ist total autark, es ist keine zentrale, sondern eine dezentrale Lösung, die beim Einbau sehr viele Vorteile birgt. Und ich muss natürlich nicht vom Keller Stränge hochziehen, sondern ich kann jeden Klasseraum einzeln regeln, was natürlich für die Klassen sehr, sehr viele Vorteile bietet. Wir können sie in Wandgeräte oder in Schränke einbauen. Sie sind, wenn man es will, nicht sichtbar, sondern sie haben nur die Auslässe, die man sehen kann. Wir haben das farblich getrennt. Rot sind unsere Wärmepumpen, steht für Wärme und blau für Lüftung, Kühlung etc. Ich bin gelernter Heizung- und Lüftungsbauer. Das heißt, ich habe den Beruf von der Pike auf gelernt und habe dann auf dem zweiten Bildungsweg meinen Ingenieur für Energie- und Wärmetechnik gemacht. Ich glaube, dass die Zukunft in den Lüftungsbereichen und in der Wärmepumpe liegt und dass wir mit der Firma Drexel & Weiß ein sehr innovatives Unternehmen sind. Wir decken sehr, sehr viele Bereiche der beruflichen Welt ab und sind auch froh darüber, dass wir auch Möglichkeiten haben, hier Kollegen auch weiterzuentwickeln, was immer in sogenannten Gesprächen auch stattfindet. Also die Zusammenarbeit ist sehr positiv mit der Volksbank. Sie unterstützt uns in den Sachen, wo wir sie benötigen und ansonsten sind wir sehr zufrieden damit.